Ich grüße euch in meinen Tagesenergie am 3. August 2017. Ich vermittelt täglich die Tageshoroskopen und die Tagesenergie. Bis jetzt war die Tagesenergie nichts anderes als eine Abkürzung von den Tageshoroskopen. Die Essenz war aber immer dasselbe. Ich habe etwas verändert, damit es nicht so viel Ähnlichkeit gibt. In Zukunft werde ich im Tageshoroskopen vermitteln die täglichen kosmischen Energie und wie das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen wirkt. Natürlich nach wie vor mit vielen mythologischen Geschichten, weil da handelt es sich auch um Sternen und Sternbilder. In Zukunft werde ich im Tagesenergie, da habe ich etwas verändert, das gesamte kosmische Energie beschreiben und in welchem Lebensbereich können wir das vorteilhaft nützen und das gilt für allen Tierkreis zeichnen. Und so haben das einen anderen Inhalt. Für die heutigen Tag. Mond hat eine zunehmende Mondphase und befindet sich zwischen Skorpion und zwischen Schütze. Mond verbindet sich mit Antares. Antares ist eine der königlichen Sternen, so wie die alten persischen Astronomen vor etwa 5000 Jahren bestimmt haben. Damals galt Antares als die westliche Himmelsrichtung, die Tag- und Nachtgleich. Antares, dieser Stern, befindet sich im Tierkreis zeichnen Skorpion und es ist das Herz der Skorpion. Und für uns gibt es eine Botschaft für heute, wir sollen auch unserem Herz, unseren Gefühlen, unseren Herzes Angelegenheiten hören. Wie wirkt es auf die einzelnen Tierkreis zeichnen? Bei Tierkreis zeichnen Skorpion geboren sind es kleinere Veränderungen. Die Skorpiongeborenen können mit einer guten Nachricht, einem wichtigen Termin oder einem Vertrag rechnen. Die Skorpiongeborenen bringen auch ihre finanzielle Situation gerade in Ordnung. Die Skorpiongeborenen brauchen festen Boden unter ihren Füßen. Und gerade sind sie dabei, das zum Aufbauen. Und bedeutet auch das eigene Zuhause, die eigenen vier Wände. Entweder, da bekommen die Skorpiongeborenen die Kraft, in Familie oder zu Hause zu sein, oder sie setzen die Kraft ein in diesem Bereich. Das heißt, sie verbessern etwas zu Hause oder verschönern etwas oder gibt es Reparaturen. Und bei einem oder anderen Skorpiongeborenen bedeutet das auch eine größere Veränderung, ein Umzug. Da sind zwar noch Unsicherheiten, Unklarheiten oder ein bisschen Zweifel. Und gerade diese Zweifel sollen die Skorpiongeborenen überwinden. Bei Tierkreis zeichnen Schützengeborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Die Schützengeborenen haben Wünsche und Ziele und sie sind erreichbar, weil sie gerade dabei sind, das in Form zu bringen. Sie dürfen aber nicht daran zweifeln. Die Gespräche führen die Schützengeborenen etwas eingeschränkt. Das kann eine unangenehme Nachricht sein. Kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen eine Nachricht oder einen Termin warten und es kommt noch nicht. Aber das dreht sich bald. Bei der Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen ist wichtiges Thema die Lebensfreude, weil das gibt Kraft. Und das würde ich auch bei den Schützengeborenen empfehlen, weil die Schützengeborenen auch die Freizeitbeschäftigung, die Lebensfreude ist eine Art Befreiung. Und so erleben das auch die Steinbockgeborenen. Aber bei den Steinbockgeborenen ist es nicht die Befreiung, sondern das Inneren Kraft. Die Steinbockgeborenen sind gerade in einer Situation, was sie als ungerecht betrachten. Bei vielen Steinbockgeborenen ist diese Ungerechtigkeit im Arbeitsplatz. Und es ist nicht einfach, nicht leider Ordnung zu bringen. Was die Steinbockgeborenen hilft, das sind die Gespräche und die Kontakte. Auch in die Liebepartnerschaft kommt etwas im Fluss. Vielleicht nicht sofort, aber das nähert sich schon. Bei Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen ist das wichtige Thema gerade die Liebepartnerschaft, aber auch das Arbeit und Pflicht. Das muss die Wassermanngeborenen etwas im Gleichgewicht halten. Die Pflichten nachzugehen und die Arbeit kümmern, die Alltag zu bewältigen, aber auch die Freizeit genießen. Auch die Privatleben, auch die Liebepartnerschaft. Und da brauchen die Wassermanngeborenen die Ausgeglichenheit, dieses inneren Gleichgewicht. Bis jetzt waren ein bisschen Einschränkungen da. In die kommenden Tagen kommt die Begeisterung und auch die Leichtigkeit. Bei der Tierkreis zeichnen Fischengeborenen ist eine gewisse Wandlung, ein Reinigungsprozess, ein Heilungsprozess. Und diese Heilkraft, was gerade die Fischengeborenen vermitteln und erleben, diese Heilkraft wirkt auch auf die Skorpiongeborenen. Aber zurück zu den Fischengeborenen, das ist eine gewisse Wandlung. Der Tag beginnt alles mit Leichtigkeit. Es ist gut, alles im Fluss, bis dann Nachmittag und in die kommenden Tagen sind gewisse Unruhe oder Beschränkungen da. Dann sollen die Fischengeborenen ein bisschen geduldig sein, bis die kommenden Tage die Situation sich beruhigt oder verbessert sich etwas. Bei Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema, beruflich angekommen zu sein oder die wahre Berufung leben oder Anerkennung zu bekommen. Viele Wiedergeborenen suchen ihren wahren Berufung oder nützen sie die Chancen, Möglichkeiten für Selbstständigkeit und starten etwas Neues. Und die Möglichkeiten und die Kraft ist da. Die Gespräche, die Termine, die Verträgen sind noch unsicher, unklar. Aber das dreht sich alles. Da kommt wieder die Klarheit rein. Aber Mut und Kraft und Möglichkeiten, das haben die Wiedergeborenen. Und die kommenden Tage kommen Einflüsse von außen. Und das unterstützt die Wiedergeborenen. Bei einigen Wiedergeborenen ist auch eine Reise, hat eine Bedeutung. Bei Tierkreis zeichnen Stiergeborenen ist auch wichtig die Berufung. Aber das aus anderen Gründen. Nicht wegen Ansehen oder die Berufung zu finden, sondern die Stiergeborenen suchen die Sicherheit und Stabilität. Und sie möchten finanziell auch etwas verbessern. Und da haben die Stiergeborenen gerade gute Chancen. Auch die Gespräche helfen dabei, auch die Kontakte helfen dabei, aber auch die eigene Kraft. Wobei teilweise fühlen sich die Stiergeborenen momentan etwas erschöpft und kraftlos. Aber in der Liebe Partnerschaft läuft alles wunderbar in der nächsten Zeit bei den Stiergeborenen. Bei den Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg und hier wird in der nächsten Zeit auch die berufliche Situation wichtig sein. Weil die Zwillingsgeborenen starten etwas Neues oder möchten sie etwas erreichen. Und die Möglichkeiten, Chancen ergeben sie sich. Momentan sind noch ein bisschen Einschränkungen da. Ein bisschen Geduld noch, weil das geht nur mit Leichtigkeit. Bei Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema. Die Freundschaften, Bekanntschaften, die Freizeit, die Menschen, die gleichgesinnten Menschen wie ein Hobby oder ein Verein oder eine Partei. Aber auch die Liebe Partnerschaft. Die Krebsgeborenen können auch mit einer guten Nachricht rechnen oder mit einem wichtigen Termin. In den kommenden Tagen werden die Gefühle etwas durcheinander kommen oder kommen gewisse Unsicherheiten werden da sein. Besonders wenn es um die Liebe Partnerschaft geht. Aber sie sollen diese inneren Unsicherheit überwinden. Auch die Ängste überwinden. Bei Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, die brauchen die Gleichgewicht, ein gewisser Ausgleich und gut orientieren. Es gibt Situationen, wo es wichtig ist, dass die Löwengeborenen ihre Meinung vertreten und haben eine selbstbewusste Auftritte. In mancher Situation ist es vielleicht zurückhalten sein und schweigen. Jemand kehrt zurück und es ist in den nächsten Tagen wochen ist zum Erwarten. Bei Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen sind Gespräche, Kontakte, Handlungen. Die Jungfraugeborenen ist auch ein wichtiges Thema, gerade die Werten und immer noch das eigene Selbstwertgefühl und die Finanzen. Und das in Ordnung zu bringen, weil das ist das große Thema, gerade bei den Jungfraugeborenen. In Liebe Partnerschaft kommt auch etwas im Fluss. Bei Tierkreis zeichnen Wagengeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität und die Gerechtigkeit. Sicherheit, Stabilität, Kraft und Mut und Orientierung verspüren die Wagengeborenen. Aber die Gerechtigkeit, das belastet noch die Wagengeborenen, weil viele haben eine Situation, was sie als ungerecht empfinden. Und damit verlieren sie das inneren Gleichgewicht oder das Vertrauen. Aber eine dritte Person kann dabei eine Unterstützung sein. In die kommenden Tagen kommt mehr Kraft und mehr Begeisterung bei den Wagengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und ich freue mich natürlich auf die Kontakte. Und wir können diese Tagesenergie, diese kosmische Energie dann ganz individuell auch gestalten. Und wenn ihr einen bestimmten Termin habt oder einen wichtigen Tag, dann kann ich das natürlich mit eurem Geburtshoroskop vergleichen und ganz genau maßgeschnitten beschreiben, was ist zum Erwarten auf diesem bestimmten Tag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Dendera Susanna Medici.